So, willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme DarkSidemes Wir sind ja in einem mitten im Geschehen und ich muss mich jetzt erstmal kurz zurechtfinden äh, da... die Kiste habe ich anscheinend noch nicht, aber ich glaube, die habe ich schon geholt, den letzten vorher wird er wahrscheinlich nicht mehr gespeichert wahrscheinlich sind bestimmte Speicherpunkte Ah, genau, hier habe ich gerade Genau, die haben wir uns noch angeguckt Richtig, ich erinnere mich Ich stimme uns erstmal hier runter Ich sag, hey, hey, ich sehe ein Otefakt Pax hier Soldat Schön Und wieder hoch So, und jetzt müssen wir, jetzt haben wir ja hier das Wasser abgelassen Das kam ja hier raus Wir sind hier, glaube ich, durch Und jetzt muss ich das hier, glaube ich, erst noch zerstören Aber cool Ja genau, jetzt muss ich das Ding da hinschieben damit ich da hochklettern kann Was hier, wenn man das jetzt gerade gesehen hat, so schnell Äh, ich kletter der gleich hoch, deswegen ist das ja wurscht Zack Geht dann auch weiter, bitte Danke So, jetzt müsste ich mich theoretisch hier hochkommen War das nicht so? Ne Ah, ich glaube ich muss Oh Mist Okay, wieder zurück Zack Ah, zu weit Ah, Mist Zieh Zieh Yes, das ist mal wieder Zieh Ja Also so, jetzt ist es wieder drauf Jetzt sind auch die Lampen wieder Gut Ja genau, ich brauche hier den größeren Wagen Den hier theoretischerweise Kann ich hier sein und was Nicht den schieben Ne Er steht hier vor Mal gucken, was ich jetzt machen muss Ich gehe mal hoch Muss ich hier dran drehen Muss ich hier dran drehen Ahhhh Ja Ja Gut Okay, ich brauche den also den größeren Waggon Wie schon richtig gesagt Das heißt, den kleineren müssen wir jetzt Schieben da in die Ecke rein Zack Und den schieben wir hier drauf Vielleicht nur einen kleinen Stoß Hm, zu klein Hallo Und schieben wir so So Und jetzt wieder hoch Und dann drehen Dann müsst ihr das Ding hier wieder rüberfahren So Genau Dann müssen wir es nur noch da hinten durchschieben Nein, nicht festhalten Und zack Und zack Ja, perfekt Orientierung verloren Ich will auch eine Gefahr rumklettern Und dass mir gleich wieder das LW springt Und hier was dran klebt Da war ein Ladevorgang Das hat man gerade links in so einem Kreisel gesehen Das waren wir jetzt neu Das Ich gehe mal jetzt hier durch Jetzt bin ich hier weiter oben Ich glaube, das ist falsch Ich glaube, ich muss hier rum Oder war das jetzt auch falsch? Ich kann mal auf die Karte gucken Da war ja nichts mehr Oder da ist nichts mehr gesagt Da kann ich ja her Doch, ich muss hier Entschuldigung Oh Ich weiß nur noch, dass die viel Schaden machen Dass man Am besten blocken sollte Ja, man sollte blocken Und ich mach's nicht Das tag Das ist Kissner Wir haben an Gernt Alle ich mag das kleinen gegnern noch dahinter setzen und kaputt natürlich meine spiele nicht mit mir dafür bin ich viel zu gut gespielt wird kaum her und kopf ab die erlangen erwischt hoch nach oben ich hoffe ich komme zu den eis dingen da was ich gerade gesehen habe ich weiß nicht ob ich das auch gesehen darauf geachtet habe ich achte ja gerne auf meine umgebung und nicht auf das was was also da gehen auf das drumherum und nicht das wichtige was gerade passiert auch noch ein paar seelen fast 6000 respekt das ist schon im summe zack und hier ein automat ich will kohle kohle ok siehlen auch gut ok muss das so siehlen siehlen was ich 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 hin oder ich darüber gemusst ich jetzt mal hier weiter wollen was passiert Wenn's falsch war, können wir wieder zurück. Ah. Wohin nur noch so'n... ...Dingen zum Explodieren lassen. Was ist hier? Oh, hallo. Wow. Hallo, hörst du wohl auf? Springen wir denn hier einfach in den Weg? So. Ah, okay. Hier ist so'n Ding. Schlüssel des Betrachters haben wir ja noch nicht. Das können wir gut gechillt mitnehmen, das ist ja noch nicht aktiv. Hopp. Das wäre ich jetzt erst mal dagegen. Jetzt möchte ich aber erstmal nochmal hier gucken. Ich meine mich zu erinnern, dass hier irgendwas war. Aha. Ein neues Stück eines Lebenssteins. Eins von vier. Okay. Zack, zack. Hm. Vielleicht nicht so nah rangehen. Und dann geht's hier weiter. Und schon relativ wenig Gegner. Aber ich glaube, ich kann's schon irgendwie... Das war nicht so gut, dass ich das erwähnt hab. Kaputt. Ja, komm. Nehmen wir euch was aus der Luft. Oder so. Egal. Tresur, den Gegner. Okay. Uh, da geht's runter. Hm. Ist hier irgendwas? Na, ist hier was drin? Noob. Schade, hätte sein können. Was ist hier? Kriegst du so eine Plattform? Da könnte man was machen. Naja, schade. Die Truhe habe ich. Was ist das für Dinger? Hm. Könnte ich auch den mitnehmen. Leben brauche ich gerade nicht. Oh. Ähm. Wie komme ich denn da jetzt rüber? Könnte ich durchtauchen? Äh. Wie stehe ich denn jetzt? Ah, hier kann ich hoch. Okay. Okay. Aha. Oh, hier sind so viele von denen. Was ist hier denn jetzt, wenn ich hier dran drehe? Ah, okay. Die sind eingefroren. Hm. Das ist natürlich blöde. Zeig, ob das erstes befreit. Oder? Ich gehe mal rüber. Ich gehe mal rüber. Na, jetzt sind sie alle kaputt. Versteckt sich nix. Ist auch nix. Ah, das. Ah, okay. Öffne ich mal die Seelen. Was mache ich jetzt mit dem Ding? Da hinten. Okay. Und die komme ich da oben hoch. Oh, woher kommt die denn da leer? Muss ich... Ah, jetzt muss ich... Das ist das blöde. Geht das? Okay, jetzt muss ich wieder rüber. Oh, Leute. Haut ab. Kaputt. Das hier muss jetzt... Da hin. Und dann hätte ich... Äh, das hier. Da gerne. Ah, jetzt sehe ich es auch. Jetzt kann ich hier... Okay.